Hi, ich bin der Chris, ich bin Zweiradmechanikermeister und möchte euch heute was zu diesem Rad erzählen, das Hohe Acht Centolumo. Und in dem Video zu diesem Rad möchte ich euch mitnehmen und wir machen einen Exkurs an den Nürburgring, also Ecke Vulkaneifel. Wir werden uns auch mit der Sprache Esperanto beschäftigen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was es damit auf sich hat, weil ihr es nicht versteht, müsst ihr das Video gucken, dann wisst ihr es. Hier also das Hohe Acht Centolumo. Ich habe gesagt, wir gehen an die Vulkaneifel Nürburgring. Vulkaneifel Nürburgring ist ja quasi dasselbe. Vulkaneifel weiß, glaube ich, kein Mensch, wo es ist. In Nürburgring hat man schon eher so ein bisschen was im Kopf. Die Rennstrecke ist sehr bekannt. Der liegt quasi in der Vulkaneifel. Hohe Acht kommt aus Daumen, unweit des Nürburgrings, in der Vulkaneifel. Und daher kommt auch der Markenname. Denn Hohe Acht, das ist die höchste Erhebung in der Vulkaneifel, quasi der höchste Berg vor Ort. Und danach hat sich die Marke benannt. Auch bei den Namen der Farben bleibt Hohe Acht also dem Heimatgefilden treu. Wir haben zum Beispiel für Grau die Farbe Vulkanschiefer und dann gibt es ein Grün, das heißt Tannenwald. Also sie orientieren sich da ein bisschen so an der Natur und an den geografischen Gegebenheiten in ihrer Heimat oder am Entstehungsort und benennen danach die Farben. Benennung, auch spannend bei Hohe Acht. Esperanto ist ja eine künstlich geschaffene Sprache. Die hat sich jetzt nicht durch Völkerwanderung und so weiter entwickelt über viele Jahre. Das ist eine Sprache, die möglichst leicht von möglichst vielen verschiedenen Muttersprachlern erlernt werden soll. Cento Lumo zum Beispiel bedeutet leichtes Gefühl. Und leichtes Gefühl, beispielsweise Cento Lumo passt hier auch ganz gut. Wir haben hier ein Rad, also ich habe jetzt dieses nicht explizit gewogen. Hohe Acht gibt es mit 19,8 Kilo an und das halte ich auch für durchaus realistisch. Also wir haben hier ein unter 20 Kilo E-Mountainbike. Wie schafft man das? Unter 20 Kilo, ich habe einen ungefederten, dann auch leichten Aluminiumrahmen. Ich habe eine starre Karbongabel ohne Federung. Die stammt übrigens aus dem Hause Bombtrack und hat nicht nur eine Steckachse und die Scheibenbremsaufnahme natürlich. Da sind auch noch Anbaumöglichkeiten, also verschiedene Gewinde, wie man sieht, wo man mal Packtaschen und ähnliche Geschichten befestigen kann. Für gutes Fahrgefühl sorgt einmal der Shimano EP8 Motor. Das ist also wirklich der sportliche Motor von Shimano. Und in Kombination mit einem 27,5 Zoll Hinterrad und einem 29 Zoll Vorderrad will man dann auch noch quasi einen agilen Hinterbau oder ein agiles Heck mit gutem Überrollverhalten an der Front kombinieren. Das ist ein Rezept, was wir von vielen Bikes kennen, wo das wirklich ganz gut funktioniert. Und das fühlt sich auch hier recht gut und recht souverän an. Also es ist eine schöne Kombination aus einem ruhigen, stabilen Fahrverhalten und trotzdem fühlt sich das recht flott und wendig an, die ganze Geschichte. Auch zu dieser Spritzigkeit und Sportlichkeit, die nicht nur der Name, sondern auch wirklich das ganze Konzept so ein bisschen verkörpern wollen, passt der Physik-Sattel, der auch jedem sehr sportlichen Mountainbike gut zu Gesicht stünde, wenn es kein Motor hätte. Wir haben eine Sattelstütze, einen Lenker und einen Vorbau aus der Ritchie WCS-Serie. Das sind also auch wirklich Produkte, die für den Mountainbike-Rennsport entwickelt wurden. Der Maxxis Recon Reifen ist ein Reifen, den man auch von vielen leichten Mountainbikes kennt, ob mit oder ohne Motor. Der rollt sehr gut, der hat einen echt passablen Grip, der hat einen vernünftigen Pannenschutz. Also es ist wirklich ein guter, schneller Allrounder. Und was noch erwähnt werden will, ist eine Zwölfgang-Schaltung von SRAM mit einer hohen Übersetzungsbandbreite und eine Dominion-Bremse von Haze. Die sieht man relativ selten. Wir wissen gar nicht warum, wir können nämlich gegen diese Bremse nichts sagen. Die funktioniert sehr gut, ist sehr zuverlässig und ist wirklich auch bissig, wenn man das möchte und ordentlich reinlangt, dann passiert da auch was. So ein schönes Rad, das gibt es nicht umsonst, das kostet 4.199 Euro. Ist aber jetzt nicht teuer, passt. Der Preis passt wirklich für das Produkt, der ist okay. Was kann da natürlich passieren mit so einem Rad? Klar, alles was so ein bisschen edler und hochwertiger ist, kann mal verschwinden. Das würde einen ärgern. Hohe Acht wirkt da direkt entgegen. In diesem Rad ist ein PowUnity-Chip verbaut. Dieser PowUnity-Chip, der befindet sich im Rahmen quasi und wird damit Strom versorgt, der ermöglicht es, das Rad zu orten, wenn das Rad sich irgendwo hinbewegen sollte, wo ihr das nicht möchtet. Ist auf alle Fälle eine coole Geschichte. Dieses Rad findet ihr also jederzeit wieder, wenn es weg ist. Und wiederfinden könnt ihr auch auf diesem Kanal so einiges. Nicht nur, vielleicht auch bald andere Räder von Hohe Acht. Auch eine Menge anderer Videos zum Thema Bike, E-Bike. Auch ein paar Videos mit Tipps und Tricks werden wir noch machen in diesem Jahr. Also abonniert doch den Kanal. Ihr werdet bestimmt noch ein paar Videos finden, die euch gefallen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Würde mich sehr freuen. Ciao.